Paul Gauguin war ein französischer Maler und Pionier der modernen Kunst des späten 19. Jahrhunderts, der auch Keramiken und Holzschnitte anfertigte. Er war Postimpressionist, Mitbegründer des Synthetismus und wurde zu einem Wegbereiter des Expressionismus. Er wurde 1848 in Paris geboren und arbeitete zunächst als Matrose und Bankangestellter, heiratete und bekam fünf Kinder. Doch sein Verlangen nach kreativer Freiheit trieb ihn dazu, sich der Malerei zu widmen. Er reiste in die Bretagne, nach Tahiti und auf die Marqueser Inseln im Südpazifik, wo er eine völlig neue künstlerische Richtung einschlug. Geld und finanzielle Probleme begleiteten ihn in seinem Leben voller Abenteuer, künstlerischer Entdeckungen und verschiedenen Beziehungen, aus denen zwei weitere Kinder stammen. Auch Vincent van Gogh bewunderte den weitgereisten Maler und wurde ein guter Freund. 1903 starb er mit 54 Jahren auf Hivaoa. Gauguin's unverwechselbarer Malstil wurde als Synthetismus bekannt. Er nutzte leuchtende Farben, einfache Formen und klare Konturen, um die Schönheit der Natur und der Menschen einzufangen und um die Sehnsucht nach einer idealisierten, unberührten Welt darzustellen. Er ist bekannt für seine Gemälde mit Motiven der Südsee, aber auch für mystisch-religiöse Themen. Landschaften wie die ländliche Bretagne und die Tropen begeisterten ihn ebenfalls. Im bekannten Gemälde »Frauen aus Tahiti am Strand« fängt er die Exotik und die mystische Atmosphäre Tahitis in kräftigen Farben und vereinfachten Formen ein. Das monumentale Werk »Woher kommen wir?« »Wer sind wir?« »Wohin gehen wir?« reflektiert seine spirituelle Suche auf den Marquesasinseln. Der Gelbe Christus ist eines seiner ikonischsten Werke. Es verdeutlicht seine künstlerische und spirituelle Entwicklung während seiner Zeit in der Südsee. Über sein Leben hinweg schuf er mehr als 500 Gemälde, hunderte von Holzschnitten und Keramiken. Diese dokumentieren seine Entwicklung von einem postimpressionistischen Maler zu einem der Vorreiter der modernen Kunst.